Immer wieder taucht auch die Frage auf, was sind Maschenmarkierer, wofür braucht man die und wie setzt man sie ein? Nun, wie der Name schon sagt, sind Maschenmarkierer einfach dazu da, um euch in eurem Strickstück eine bestimmte Stelle zu markieren. In diesem Fall markiert mir dieser wunderhübsche Maschenmarkierer der Übergang von einer Runde in die nächste. Und man würde ihn folgendermaßen benutzen, man strickt, kommt an die Stelle, aha, hier ist der Maschenmarkierer und hebt ihn nun einfach von einer Nadel auf die andere. So, damit ist er in die nächste Runde gerutscht und man würde jetzt einfach weiter stricken. Man kann ihn auch einsetzen an Strickstücken, zum Beispiel Dreiecktüchern oder so, an der Stelle, wo die Mittelrippe beginnt oder an der Stelle, wo ein bestimmtes Muster anfängt. Einfach da setzt man dann diese Maschenmarkierer, da muss man nicht zählen, da muss man nicht nachdenken, dann weiß man einfach, wenn man da hinkommt, aha, jetzt muss ich mit dem bestimmten Muster loslegen. Man könnte zum gleichen Zweck auch eine Büroklammer benutzen. Die hängt man auch hier rein, hebt sie von einer Nadel auf die nächste, erfüllt den gleichen Zweck. Es gibt eine Myriade von unterschiedlichen Maschenmarkierern, ich habe da mal ein paar mitgebracht, aus Fimo, mit Perlen. Wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man sich auch einfach aus einem Wollfaden so ein Ringelchen binden und den genauso über die Nadel stülpen. Das ist völlig egal, das muss nicht schön sein, es soll uns einfach nur zeigen, an welcher Stelle wir sind. Es gibt auch oft diese Gummiringelchen, die finde ich jetzt allerdings nicht ganz so praktisch, weil ich finde, dass sie auf der Nadel stören. Da wird hinterher der Übergang von einer Masche auf die nächste, der wird deutlich sichtbar und deswegen setze ich die nicht so gerne ein. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man alles nehmen. Sicherheitsnadel, keine Ahnung, was ihr so im Haus habt, was ihr so findet. Manchmal gibt es auch Maschenmarkierer, die sind unten, da ist unten der Draht, von der Schlaufe einfach nur abgeknipst. Die haben immer so ein bisschen das Problem, dass die sich in der Wolle verhaken und gerne auch mal Fäden ziehen. Und deswegen finde ich das ganz unschön, die so zu machen und mache sie seit neuestem immer mit so einem kleinen Baumler unten. Da ist jetzt eine Schlaufe, da ist nichts spitz, da bleibt nichts hängen. Ihr seht, hier habe ich auch noch so Ohrringe abgewandelt zu einem Maschenmarkierer. Die sind genau wie diese Sicherheitsnadeln aus Plastik. Mit denen kann man zum Beispiel in einem Strickstück die Reihe markieren. Manchmal muss man ja irgendwie so und so viel Reihen in einer bestimmten Höhe stricken und damit man nicht ewig wieder bis ganz zum Anfang zurückzählen muss, könnte man sich zum Beispiel Zehnerschritte markieren. Aha, da sind wieder zehn Reihen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, habe ich jetzt gestrickt. Aha, dann kann der jetzt weiter wandern und dann muss man nicht immer wieder ganz bis zurück zum Anfang. Man braucht übrigens auch beim Hickeln Maschenmarkierer, da empfiehlt es sich unbedingt, Maschenmarkierer zu nehmen, die man öffnen und schließen kann. Diese hier kommen also nicht in Frage, weil die werden eingehäkelt und kommen dann nicht mehr raus. Da muss man sie kaputt machen, um sie dann aus dem Häkelstück wieder rauszukriegen. Ihr müsstet also unbedingt eine Sicherheitsnadel oder so eine Sicherheitsnadel oder irgendwas anderes nehmen, was ihr wieder rausbekommt. Beim Häkeln möchte man nämlich auch zum Beispiel manchmal die Runde markieren, da wo der Übergang von einer Runde zur nächsten ist. Und da würde man jetzt einfach einen andersfarbigen Faden da reintun und einfach die neue Runde beginnen zu häkeln. Den Faden kriegt man jederzeit wieder raus. Aber wir wissen genau, wo wir die Runde gewechselt haben. Das spielt ja oft bei Amigurumis oder anderen Häkelsachen eine große Rolle. Da reicht der Faden, da könnte man aber wie gesagt auch eine Sicherheitsnadel oder so eine Sicherheitsnadel benutzen. Da gehen übrigens auch sehr gut die Ohrringe. Die kriegt man wieder raus, da passiert nichts, die kann man nicht einhäkeln. So, jetzt wisst ihr, wofür ihr die braucht. Viel Spaß damit! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020